Dem riesigen Sandwurm entkommen, berieten Amadeus, Pontius und Soja, was nun zu tun sei. Na los, weiter! Wir müssen Margaret finden! Wer weiß, was sie ihr alles antun! Amadeus litt Qualen, als er sich ausmalte, was die Kobolde mit seiner Gemahlin anstellen würden. Da der Trine noch immer verschollen war, mussten sie Margaret wohl oder übel allein finden. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Trine 2. Ja, wir sind immer noch in dem DSI oder was auch immer das ist. Äh, keine Ahnung, auf jeden Fall sind wir jetzt in den, warte, das ist eine Tour, ja. In den Fahrendhügeln und ich glaube wir versuchen irgendwie von da wegfliegen zu können mit einem Drachen oder sonst was. Damit wir zurückkommen und die Margaret retten können. Aber ja, schauen wir mal. Die haben wir letztens aufgehört. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht hier, weil, ja. Nee. Kann ich irgendwie... Nee. Ja, gut. Da oben wäre was. Ja. So, jetzt aber. So, wie komme ich jetzt hoch? Oh, ich fahre mal schnell hoch. Ah, bevor der... Versucht, mich weiter zu belästigen. Oha. Was ist das? Nein, 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 nein. Wir wollen da nicht runter. Uh. Ähm. Toll, das ist ungünstig. So, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wie ich das versucht habe damals. Ich kann mich erinnern, dass ich es versucht habe, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich es dann... Schlussendlich gelöst habe. So, vielleicht, okay, ähm, boah, ich weiß gar nicht, wie der hochkommt ist. Ist auch vollkommen egal, glaube ich. So, mit zwei Fähigkeitspunkte kann ich irgendwas Sinnvolles lernen? 3, das könnte ich mit zwei Fähigkeitspunkten... Er sagt, dass ich das zwingend brauche, ne? So, mein Freund, viel Spaß da drinnen. So kann ich irgendwie... Das muss ja hier irgendwie gehen. Ja. 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 Erledigt. Und tut. Perfekt, perfekt. Was war's denn vermutlich? Es ruckelt ein bisschen, kommt mir vor, hier, zumindest bei mir. im letzten so auf der Aufnahme Dings eher weniger ah ja okay sonst kann ich mit dem Ding fahren ähm ja gut sagen wir fahren mal hoch und dann zurück Teufelsbrut bis dich mal schau vielleicht nicht mit dem so na wo ist er der Hammer ist relativ gut gegen die naja perfekt 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 so wahrscheinlich hoch dann gucken wir mal wir müssen ja da irgendwie hinkommen meiner meinung nach ja vergiss es ist ja eigenartigst ähm ja vielleicht mit dem Ritter kann ich vielleicht hier runter aber wenn ich da runterkommen sollte es mir ein bisschen schleierhaft muss ich sagen ja das ist sehr eigenartig sehr eigenartig das ganze ich glaube wir versuchen das jetzt nicht weiter zu verfolgen weil sonst brauchen wir noch ewig viel Zeit hier und haben nicht viel geschafft ich wüsste auch nicht wie ich da hinkommen dann soll mit dem Ritter vielleicht nicht von oben irgendwie kann ich das irgendwie dafür nutzen cool schon wieder tot und dann ist die Dings natürlich die Blase wieder weg ich könnte auch das wäre auch eine Möglichkeit ja könnte auch auf das Ding hier so eine Kugel setzen dann könnte ich mich da runterlassen ganz gemütlich jawohl ich wette wenn ich da auffahren könnte das jetzt ewig hinter was warte ich weiß nicht ob es ne gute Idee ist warte ich weiß nicht ob es ne gute Idee ist warum ach komm schon ernsthaft so jetzt doch mal hoch hier ach du meine Güte ist das ich verstehe nicht immer wenn ich die Chance habe die Dinger hier zu sammeln ich verstehe es nicht mach der fliegt einfach so beschissen langsam mach der fliegt einfach so beschissen langsam ich komme hier nie beim ersten mal hoch so so jetzt ist die Blase mal weg kann ich nochmal so jetzt ist hier alles das ist eher ungünstig da das geht sich einfach nicht aus vergiss es mal schauen dass ich wieder so schnell möglich hier hin komme ja das vergiss es vergiss es vergiss es es so perfekt genau so so habe ich mir das vorgestellt so nicht aber fast ja ja okay es geht nicht kurz hier rein äh was wie soll ich denn das jetzt wieder machen ein wenig kühl hier muss ich mir das gut vorstellen ja das hat den gewünschten Effekt gebracht so ja vielleicht das ja ich glaube auch nicht dass ich dann da wegkomme jetzt ganz ehrlich bin doch 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 hm vielleicht kann ich hier so hm so nicht so geht's effekt Problem ist nur dass ich auf die drübere Seite muss ok ich mich da drüben irgendwo festhalten ich glaube nicht der schon also dass ich mir das hier verdammt hat nicht doch nicht ok geht gut geht gut äh puh das müsste eigentlich hm klappt gut ja sieht ich kann fast und es da hau fliegen kann das da rauf fliegen ja 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 ne Kommst du hier runter? Na komm. Perfekt. Genau so wollte ich das. Auch wenn das jetzt eigentlich muss war, aber so ist das schön. Na komm, 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 bevor das Fecht wieder weg ist. Ah, ich mag so Abfahrten, mag ich gerne, muss ich zugeben. Oh, oh. Oh Gott. Wie es einfach nicht funktioniert. Mist. Nein, Gebeck. Oh Gott. Ich hab nur die Magie alleine. Das ist furchtbar. So, komm her. Perfekt. Tot. Ah, da oben ist was. Was brauche ich das hier? Ah ja. Okay. Na, wenn ich die, wie soll das lassen, der Büsch, Alter. Ich weiß nicht, wo es weitergeht, das ist mein Problem. Ah, hier nicht. Okay. So, jetzt kann ich den hier rüber drehen. Das Eis wegschmelzen. Das bringt einfach nie was. So, ich muss mal kurz hier rüber schauen. Okay. So kalt. Kann ich mir vorstellen. Brauche ich nicht mal die Gravitationsdings. Finden wir ein Boot und segeln wir fort. Mit dem Luftschiff hin zu anderem Ort. Ich will dir zeigen, Meere auf dem Mond. Die Lagune, wo die Liebe wohnt. Nichts gibt es, was mich so sehr ruft. Wie mit dir höher, höher in die Luft. Oh, schön. Oder so. Ah, komm. Warte, warte, warte. Ich glaube, ich glaube, da ist noch was. Wenn du das Gänster so ein bisschen durch. Oder ich glaube nicht mehr. Okay. Was ich jetzt gerne probieren würde. Aber dann wäre es eingefangen. Okay. Gut, das ist aber auch nicht. Gibt es aber auch nicht viel mehr. Kann ich jetzt behaupten. Kommt der, wenn ich hier stehe, oder? Oh, jetzt komm her. So. So richtig verpasst, dass er weg war. Einfach weg. Ich denke, man muss es in die Richtung bewegen. Ist das der Magier nicht selbst bewegen können? Kann ich das nur für kurze Zeit? Ehrlich, was ist es nicht? Nee. Anscheinend nicht, aber irgendwie. Sehr eigenartig. Verschätzt, das ist drei Punkte. Was kann ich Ihnen da als Magnetschild? Der Ritter hat noch eine Ass in seinem Ermittalschneermagnisierten. Das Schild des Ritters und die Objekte, die damit berührt werden. Ich denke, sie hatten alle Objekte, okay, ja, das. Alles. Bis zum nächsten Mal.